Der Titelverteidiger Frankreich zieht ganz knapp mit einem Sieg gegen England ins Halbfinale ein und wird dort auf Marokko treffen. Auf das Halbfinale bin ich sehr gespannt, was Marokko leisten kann, gerade weil sie erst ein Gegentor in diesem Turnier kassiert haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie gegen diese offensiv starken Franzosen machen können. England hat es heute super gemacht. Als Deutscher kannst du eigentlich nicht für England sein, aber heute weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wünsche mir einen neuen Weltmeister. Ich finde, Wechsel sind doch immer schön und vor allem gönnt man es auch anderen Ländern. Ich gönne es dieses Jahr auch Messi, muss ich ganz ehrlich sagen. Das 0 zu 1 für Frankreich war natürlich einfach nur wunderschön. Sicherlich kann man an guten Tagen diesen Ball halten, aber du musst ihn auch erst mal so platzieren und aus knapp 20 Metern so unten links in die Ecke schweißen. Das ist einfach so. Und mit der Pausenführung hat England sich aber nicht beehren lassen. Also die lagen zwar hinten, aber sie haben trotzdem alles weitergegeben. Und der Elfmeter, den Kane dann verwandelt hat, war sicher verwandelt 1 zu 1. Und das war dann natürlich kurz vor Schluss das 1 zu 2 kassiert. Olivier Giroud hat es gemacht. Bitter für England, natürlich super für Frankreich. Hatten ja nochmal die Chance mit einem zweiten Elfmeter, den Kane allerdings in den Nachthemmel geschossen hat. Bitter für England, er ist der tragische Held. Frankreich steht im Halbfinale. Jetzt kommt Marokko. Ich bin sehr gespannt, was Marokko leisten kann. Ich hoffe wirklich, dass sie es packen gegen Frankreich, aber ich gehe leider nicht davon aus. Aber ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.